Wie ging der Spruch noch? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Oh nee, Alter. Digga, was soll das heißen? Ich bin hier der Akademiker. Deine Nasenscheidewand ist doch auch habilitiert durch Chemiker, du Elendiger. Die größte Leistung heut, das Maul ist geputzt, doch zur Osterzeit ist sie wohl die, die traurig guckt. Was macht die Arbeit? Und ich seh, sie geniert sich, frag mich gern. Doch diese Anfragen werden blockiert, als ob sie Spam wären und der Chat entfährt. Nach der Panikattacke im Zug aufwichter nach Haus, tepp ich aus dem Waggon raus und trinkt dann in einem Zug einen Pilz aus. Grünes, willst du nicht auch mal was aus deinem Leben machen? Oh meine Güte, sorry, das ist ein Schlagabfall. Ich muss bestimmt nicht lachen. Arze Karl Atan hat das Leben noch vor sich, aber warte mal, der lachst ja genauso wie ich. Rap-Loops halten uns Blues, Dudes leider in der Gosse und angesägt ist dazu, von der Karriere leider die erste Sprosse. Okay, wir machen fertig nu, schimpf doch nicht so dolle. Wie, ihr meintet damit nicht Korn, Kippe und Molle? Ausbildung wie dem Projekt? Nee! Ihr Problemberatungsgespräch anmelden? Nee! Haare fertig, fleckig, die Sachen, doch immer Mucke. Du sagst, Mama fertig, doch wir sagen nee. Haare fertig, fleckig, die Sachen, doch immer Mucke. Du sagst, Mama fertig, doch wir sagen nee. Ich hab leider keinen Plan von der Welt, ich bin schlau genug, mir noch ne Klage zu bestellen und morgen Arbeit zu brillen. Karl Atan, ich bin der größte Hänger dieses Breitengrades, muss mit dem Schaffen böser Bängers meine Zeit aufschlagen. Ich muss einfach mal nichts tun, es wurde zum Normalzustand. Ich habe Missmut statt Tatendrang in Magel getankt. Ich habe ein Schultheitskasten in mein Magel getankt und fange gerade erst an, denn die Lage, verdammt, mich zu nem Rundumschlag. Die Atze in Suff im Park, abhoff in Acker anstatt Ackern für den Studienplatz. Alles in der Tasche außer einem guten Plan. Mich aus dem Sumpf zu zählen, ich glaub ich, google mal. Wow! Nach der zweiten Seite mächtig überfordert, schweif in die Gedanken weiter, zögt das Handy und guckt Ordner. Grünes fragt nach Pizza, warum nicht? Hab nichts zu tun! Ich mach es einfach morgen und dann sind wir alle tot. Ausbildung, Medienprojekt? Nee! Ihr Problemberatungsgespräch anmelden? Nee! Haare fertig, fleckig, die Sachen doch immer Mucke. Du sagst, Mama fertig, doch wir sagen nee. Haare fertig, fleckig, die Sachen doch immer Mucke. Du sagst, Mama fertig, doch wir sagen nee. Girl, was du arbeitest, das ist doch nicht mein Problem. Ja!